Sehr verehrte Philatelistinnen, sehr verehrte Philatelisten, ich freue mich, dass ich hier unsere Arbeitsgemeinschaft Münzen und Geldwesen zunächst einmal kurz vorstellen kann. Am Anfang wie immer ein kleiner Werbeblock. Unsere Sammelgebiete sind Münzen und Banknoten. Da hätte ich Ihnen sehr viele Briefmarken und Stempel zeigen können. Das Thema Banken und Sparkassen, die Geldgeschichte und der Euro, darum ist es jetzt wieder etwas ruhiger geworden. Wir haben ihn schon ganz lange und es gibt nicht mehr so viel Neues. Der Zahlungsverkehr, das wird gleich unser Hauptthema sein. Steuern und Zoll und Lotterie, bei diesen Themen sind wir noch in den Anfängen. Das wären aber sehr spannende Themen und ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere Sammler dort anschließen könnte. Wir können schon mit vielen Notizen über Marken und Ähnliches da behilflich sein. Unsere Arbeitsgemeinschaft zeigt seit einigen Jahren alle Neuheiten, oft mit Bild im Internet. Gehen Sie einfach mal auf aggeld.de unter Neuheiten. Da finden Sie jede Menge Briefmarken, um zu sehen, was es zu diesem Thema alles gibt. Wir haben einen lose Blattkatalog mit fast allen Marken weltweit. Den gibt es aber nur für Mitglieder und bis jetzt leider nur auf Papier. Wir haben dreimal im Jahr ein Nachrichtenblatt mit rund 24 Seiten. Das Inhaltsverzeichnis aller Nachrichtenblätter können Sie auch schon im Internet finden. Das heutige Thema Bargeld, Buchgeld, Kryptomoney. Ich kann hier dieses Thema in der zur Verfügung stehenden Zeit nur kurz anreißen, Ihnen einige Blitzlichter aus dieser Thematik geben, die dazu anreizen sollen, sich vielleicht damit tiefer zu beschäftigen und zu sehen, dass das ein sehr reizvolles Sammelgebiet sein kann. Im Fokus heute zu dem Thema, wie wird das Geld bewegt? Wie kommt Geld von Ort zu Ort? In Bar oder per Überweisung oder auch ganz anders? Die gezeigten Belege sind ausgewählt im Blick auf thematische Exponate und auf die Open Filletely. Das ist eine erfreuliche Sache, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben. Ich hatte in meiner Sammlung immer schon viele Stücke, die ich nur auf Werbeschauen zeigen konnte und jetzt habe ich vielleicht die Chance, das mal in ein Open Filletely-Exponat einzubauen. Ich muss da aber noch eine Menge dran arbeiten und es wird noch etwas dauern, bis Sie das zu sehen bekommen. Fangen wir mit dem Thema an. Zunächst einmal wird das Bargeld verschickt. Das heißt also, in frühen Zeiten wurde das Geld in der Regel im Brief oder im Beutel oder Paket mit dem Brief transportiert. Sie sehen oben links einen Postschein aus meinem Heimatort Lünen von 1783 für ein Päckchen mit 15 Talern, also im Grunde die Quittung. Rechts einen Brief von Lünen nach Dortmund und links unten auf dem Brief lesen Sie beschwert mit 20 Talern und 9 Pfennigen. Hier nochmal ein weiterer Brief. Ein Beutel mit 81 Talern, 19 gute Groschen und 4 Pfennig. Wenn Sie sich mit Geld in dieser Zeit beschäftigen, stoßen Sie in Deutschland auf ganz viele verschiedene Währungen, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Leider ist dieser schöne Brief ohne Datum, daher ist es bis heute nicht gelungen, die Taxen wirklich zu entschlüsseln. So etwas Ähnliches gibt es auch international. Ich habe hier ein Money Letter, ein Geldbrief, Vorläufer des Registered Letters, des Einschreibens aus Kanada. Ein außerordentlich früher Money Letter von 1840 von Porteus in Montreal nach Quebec. Nach einem Tag dort schon angekommen, mit 14 Dollar dabei. Dieser Money Letter hat keine zusätzliche Gebühr gekostet. Es gab aber auch keinen Ersatz bei Diebstahl oder Verlust. Hier noch etwas ganz Ungewöhnliches. Ich habe bisher noch keinen weiteren solcher Briefe gesehen. Geldbriefe sollten im Grenzeingangspostamt nachgewogen werden. In der Bahnpost reichte die Zeit hier zu oft nicht aus. Und dann hat man diesen Geldbrief wie gezettelt drauf gemacht, das aus Zeitmangel nicht nachgewogen wurde. Das mit dem Geld im Brief soll man aber heute nicht mehr machen. Solche Briefe kommen leicht weg. Also die Werbung der Dänischen Post legt kein Geld in gewöhnliche Briefe. Einmal von 1957, dann wieder 1985. Also ein Thema, das über lange Zeit uns bewegt und eigentlich auch heute noch bewegt. Kaufleute vermieden es bereits im Mittelalter, dieses Geld transportieren zu lassen. Vor allem es auf weiter Reisen in großen Mengen mitzunehmen. Dazu hatten sie Wechsel im Gepäck. So etwas gibt es schon aus der Zeit der Fugger, die solche Wechsel ausgestellt haben. Ich habe hier einen etwas neueren aus Belgien. Und da sehen sie dann schon auf der Rückseite entsprechende Marken. Denn der Staat verdiente an den Wechseln dann auch gleich mit und erhob Wechselsteuer. Ein ganz interessantes Gebiet für den Fiskalsammler vor allem, aber auch für den Thematiker. Solche Wechsel mit den Wechselsteuermärkten drauf finden sie relativ leicht aus verschiedenen Ländern. Ist aber kein weit verbreitetes Sammelgebiet. Weit verbreiteter ist sowohl von der Benutzung her, Wechsel gibt es praktisch also heute gar nicht mehr, ist der Scheck. Der ist in den USA weiterhin ein sehr beliebtes Zahlungsmittel. Auch es ist auch heute noch üblich, dass Löhne und Gehälter in Scheck ausgezahlt wurde. Dafür eine Werbung mit dem Absenderfreistempel. Zahle immer mit Scheck und um links ein entsprechender schöner Scheck der Eisenbahn. Solche Scheck mit sehr netten und schönen Motiven finden Sie in jeder Menge. Sie sind relativ preiswert zu bekommen. Sehr viel teurer werden Scheck, wenn sie von berühmten Personen ausgestellt werden. Unten ein Scheck von Coca-Cola, da ist interessant, wie der Geldbetrag ausgedruckt wurde. Das ist ein Verfahren, was den Scheck dann schon ein Stück weit absicherte, dass man den Betrag nicht fälschen konnte. In Deutschland war bei den Sparkassen der Scheck in hellgrün über viele Jahrzehnte die übliche Form des Schecks, des Barschecks. Oben auf dem Scheck ist die Kontonummer in kleinen Löchern eingestanzt. Ich kann mich als Lehrling in den Jahren 66 bis 68 noch gut erinnern, dass ich hunderte solcher Scheckhefte mit diesen Löchern versehen habe. Dazu gab es eine Maschine, wo man mit Hebeln die Zahl einstellen konnte und dann musste man sehr kräftig auf eine Fußraste treten, damit man diese Löcher in einem Zuge durch 25 Blatt, das war ein normaler Scheckheft, hindurchgerichtet. Eine ältere, kleinere Maschine ist hier auf dieser Ganzsache der portugiesischen Post zu sehen. Schecks gibt es und gab es auch in verschiedenen Varianten. Oben links sehen wir einen Postkarten-Scheck. Das ist auch für die Briefmarkensammler interessant, denn diese Schecks sind als Postkarte versandt worden. Wir finden die dann mit unterschiedlichsten Frankaturen von ca. 1925 an bis etwa 1970. Dann musste der Postkarten-Scheck abgeschafft werden, weil er nicht mehr von den neuen Maschinen die Belege automatisch schlasen, verarbeitet werden konnte. Der war ja aus etwas dickerem Kartonpapier. Und das konnte man auch nicht gut mit der Perforiermaschine die Kontonummer einbringen. Deshalb ist die Kontonummer hier mit dem Gummistempel aufgebracht. Zur Sicherheit waren diese Schecks in der Höhe begrenzt. Anfangs 1.000 Reichsmark. Ich kann mich später an 2.000, ich glaube auch 3.000 D-Mark erinnern. Unten rechts sehen Sie einen ganz ungewöhnlichen Scheck der Kreisparkasse in Dietichheim. Eine ganz normale Lochkarte, wie man sie in den 60er, 70er Jahren für die EDV benutzte. Und Sie sehen rechts in dieser Lochkarte sind auch Zahlen in Lochungen verwandelt angebracht. Das dürfte die Kontonummer und der Betrag sein. Ich habe es von der Lochung nicht nachgeprüft. Es ist aber ohne weiteres auch feststellbar, was da eingelocht ist. Dieser Lochkartenscheck sollte dazu dienen, damit der Geldautomat Geld auszahlte. Für einen der ersten Geldautomaten in Deutschland wurden solche Schecks verwandt. Ich kenne sie nur aus wenigen Orten in Deutschland. Das Verfahren hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Man musste ja erstmal diese Schecks bei seiner Sparkasse bekommen. und musste sie dann parat haben, um zum Automaten zu gehen. Man konnte also nicht einfach mal sagen, heute habe ich kein Geld, aber ich habe auch keinen Scheck. Rechts oben in der Ecke noch eine andere Variante, der Reisescheck. Sehr beliebt, auch in Europa, in D-Mark ausgestellt. Wenn man nach Italien oder Spanien fuhr, nahm man durchaus Reiseschecks mit. Aber insbesondere, wenn man noch keine Kreditkarte hatte und in die Vereinigten Staaten flog. Ich kann mich erinnern, dass ich 1975 dort war und auch ein Heft mit Reiseschecks, die ich vorher bei unserer Sparkasse gekauft und bezahlt hatte. Diese Reiseschecks haben den großen Vorteil, wenn sie gestohlen werden, werden sie relativ schnell und ohne Schaden für den Inhaber ersetzt. Dann das, was eigentlich jeder hatte, der Euro-Scheck. 1969 wurde er meines Erachtens eingeführt. Die Werbung sagt 1968. Wahrscheinlich waren dann da die Verträge schon fertig, aber bis er in der Praxis eingesetzt wurde, wurde es dann halt 1969. Sie sehen rechts oben einen solchen blauen Scheck, den wir viele Jahrzehnte, glaube ich, alle benutzt haben, der einheitlich bei den Banken und Sparkassen war. Es gibt eine ungarische Marke mit einer Werbung zu 20 Jahren Euro-Scheck. Und es gibt für zehn Jahre Euro-Scheck eine sehr schöne Ganzsache mit einem Sonderstempel aus München. Und auf der Ganzsache sind alle beteiligten Länder aufgeführt. Das war nicht nur Europa, das waren auch Ägypten und die Türkei, Tunesien, also Länder, die so am Rande unseres Europa liegen, aber auch als Reisegebiete beliebt waren. Erstaunlicherweise, zufällig allerdings, mit der Einführung des Euro-Bar-Gelds, wurde dieser Scheck abgeschafft, weil inzwischen die Zahlung nur per Karte sich weitgehend durchgesetzt hatte. Da haben wir dann einmal kurz Karten. Ich habe hier zwei Muster von Visa und Mastercard mal dargestellt. Interessant finde ich den schönen Werbestempel von 1968 auf Spanisch. Deine Kreditkarte von Diners Club ist der goldene Schlüssel zu deiner Stadt und den anderen 10.000 Städten, meint hier die Firma Diners Club. Dann kommen wir zu der Möglichkeit, das Geld, ohne dass es transportiert wurde, per Post zu verschicken. Das machte man mit einer Money Order oder Postal Order. Das ist im Prinzip der gleiche Postdienst. Ich habe immer mal versucht herauszufinden, wo der Unterschied liegt. Mir ist es nicht wirklich genungen. Im amerikanischen Englisch ist Money Order und Postal Order üblich. Im britischen wohl nur Postal Order. Manchmal wird auch zwischen Postal Order fest eingedruckter Betrag und Money Order variabler Betrag unterschieden. Aber das ist nicht so ganz durchgängig. Hier eine spezielle Postanweisung für Deutsche in den USA. Da gab es wohl eine ganze Reihe in dieser Gegend. Von Evansville in Indiana 1880 nach Sobanheim im Kreis Koblenz. Auf der Rückseite ist noch eine Anleitung für den Versender zu finden. Mit fest eingedruckten Betrag habe ich gerade ausgeführt, haben wir hier zwei Postal Orders. Einmal aus dem Orange Freistaat in Südafrika und einmal aus Palästina mit einem Pfund und mit 500 Milz. Diese Postal Orders gab es in mehreren Wertstufen. Teilweise eine ganze Reihe von verschiedenen Stufen, die dann auch verschiedene Farben haben. Also auch ein sehr nettes Sammelgebiet, sind aber häufig nicht unbedingt ganz preiswert. Ein ganz anderes Gebiet habe ich einfach mal um den Platz zu füllen hier untergebracht. Western Union, ein modernes System, ganz ohne Papier, um Geld von irgendeinem Büro in der Stadt, das Western Union abwickelt, in viele exotische Länder bis tief in den Busch in Afrika zu schicken. Da gibt es oft kein Postamt, aber da gibt es eine Western Union Filiale in irgendeinem kleinen Laden. Und man muss dann dem Empfänger nur mitteilen, dass er mit seinem Pass dort hingehen muss. Manchmal kriegt er eine entsprechende Geheimzahl oder ein Passwort für die Abhebung. Aber er kann praktisch sein Geld, ohne dass irgendetwas durch die Welt bewegt worden ist, nur auf elektronischem Wege dort abholen. Kommen vier von dieser Form der Zahlung, wo ja Bargeld eingezahlt und wieder Bargeld abgeholt wurde, zur sogenannten halbbaren Zahlung. Das heißt, jemand zahlt Geld am Schalter ein und es kommt dann aber auf ein Konto. Ab 1883 kennen wir in Österreich das Postcheckkonto, 1909 in Deutschland. Ab 1984 wurde es dann in Postgiro umbenannt. Ab 1909 gibt es den Spalchero-Verkehr der Sparkassen. Wir haben uns erlaubt, den Begründer, den Bürgermeister Johann Christian Eberle der Stadt Nossen in Sachsen auf einer österreichischen Briefmarke darzustellen. Damals gab es noch keine deutsche Marke individuell, deshalb haben wir die österreichische genommen. Links sehen Sie dann einen Kontoauszug aus dem Jahre 1911 mit dem passenden Postcheckbrief, mit dem der Auszug dann versandt wurde an den Kunden. Und den beiden Abschnitten von Einzahlungen, die jemand am Schalter vorgenommen hat, die der Kunde dann mit seinem Brief zugestellt bekommen hat. Diese rosa Karten, nenne ich sie mal, das ist so ein Papier zwischen Dünn und Postkarte, habe ich gefunden, weil interessante Werbestempel der Sparkassen drauf sind. Ich habe dann versucht, mich mal näher mit dem Zweck der Karten zu beschäftigen. Sie dieten am Schluss dazu, dass der Empfänger per Post benachrichtigt wurde, es ist Geld auf seinem Konto eingegangen. Eigentlich muss es aber hier noch einen anderen Teil des Belegs geben, der bei der auftraggebenden Sparkasse in der Buchführung blieb. Diese Teile habe ich bisher aber nicht finden können, bin zur Zeit in Kontakt mit dem Deutschen Sparkassen und Girovergabend, um dieses Thema mal näher zu untersuchen. Kommen wir zu einem anderen Gebiet, dem Einzug von Geld. Man will ja manchmal auch Geld nicht überweisen, sondern man will es von anderen Leuten bekommen. Zum Beispiel, weil man die Zeitung geliefert hat und möchte das Geld vom Empfänger einziehen. Von 1782 bis 1848 war in Preußen dafür der Postvorschussbrief üblich. Wir sehen einen links oben in der Ecke von 1812. Von Dortmund aus wurde das Geld in Münster eingezogen, und zwar 3,14 Franken. Dortmund war damals Herzog Thunberg, also auch französisch. Münster war von den napoleonischen Tropen besetzt. Das hat dann den Empfänger 4,10 Franken gekostet. Da sind dann die Gebühren für den Einzug des Geldes und für die Übermittlung des Briefes drin enthalten. 1848 wurde dann der Stempel Auslagen eingeführt. Dieser nierenförmige Stempel, den gibt es in ganz vielen Varianten, ist auch für die Postgeschichtler ein interessantes Sammelgebiet. 1874 wurde der Stempel dann durch den rosa Zettelauslagen ersetzt. Was bei diesem Verfahren, Postvorschussauslagen, interessant ist, im Grunde bekam man sein Geld schon, wenn man den Brief zur Post gegeben hat. Und die Post zog es dann später vom Empfänger ein. Das änderte sich 1878, dann wurde das Verfahren durch die Nachname, die wir im Prinzip heute noch kennen, ersetzt. Hier ein Nachnamebrief aus Bonn in die Schweiz von 1884. Der Nachnamebetrag steht handschriftlich auf diesem violetten Nachnamezettel. Später wurde dann dieser dreieckige Zettelnachname eingeführt. Der ist hier in die Postkarte schon eingedruckt. Die Firma Fucht & Wolf hat also relativ viel Geld wohl mit diesen Nachnamen eingezogen. Interessant ist an diesem Beleg, dass die Firma Fucht & Wolf auch ihre Marken noch zur Sicherung der Portokasse mit Firmenlochung FW versehen hat. Kommen wir zum letzten Thema, der Kryptowährung. Den ersten Beleg, wo ich etwas mit Kryptowährung gefunden habe, ist dieser Block von Gibraltar. Ich besitze leider keinen im Original. Ich habe in den letzten Tagen mal geguckt und ihn bei SIGA für 1495 Euro gesehen. Ich würde das nicht dafür ausgeben, irgendwann wird er sicher mal billiger. Jeder, der diese vier identischen QR-Codes an der Seite neben der Marke mit einem Smartphone gescannt hat, konnte als Erzbesitzer dieser Blöcke dieses Kryptogeld, was damit verbunden war, sammeln. Also auf jeder Ecke 50 QRG, eine sehr ungewöhnliche Kryptowährung, die wohl nur von Gibraltar verbreitet wurde. Ich habe vor einigen Tagen geguckt, der Kurs liegt heute bei einem QRG 4 Euro. Das wären immerhin gut 800 Euro. Deshalb wäre verständlich, dass die Blogs heute noch mit über 1000 Euro gehandelt werden. Nur ist die Frage, wenn man so einen Blog bekommt, ist das Geld noch auf dem Konto? Komme ich da überhaupt noch dran oder hat das schon der Vorbesitzer gemacht? Also ein bisschen heikle Geschichte, wenn man sich da aus Geldgründen mit beschäftigen will. In Wikipedia finden wir eine Liste mit aktuell 100 Währungen, mit vielen Abspaltungen. Eine Währung hat sich dann in andere aufgeteilt. Die Marktkapitalisierung bei diesen Währungen ist sehr unterschiedlich. Der Bitcoin ist, und das ändert sich natürlich relativ schnell und häufig, etwa mit 1,1 Millionen Euro am Markt. Der ESA, das ist die Ethereum-Währung, die wir auch bei den österreichischen Marken nachher noch finden, etwa mit der Hälfte. Da geht es deutlich nach unten, Binance Coin, 75 Milliarden. Der TETA oder TISA, keine Ahnung, wie der sich ausspricht, 69 Milliarden. Diese Währung hat den Unterschied, dass sie nicht im Kurs groß schwankt, denn sie ist 1 zu 1 an den US-Dollar gekoppelt. Die weitere danach habe ich mir geschenkt, denn danach geht es deutlich mit der Bedeutung nach unten. Ganz wichtig für diese Kryptowährungen ist die sogenannte Blockchain. Blockchain ist also eine Chain, eine Kette von Datenblocks, die auf verteilten Computern gespeichert werden. Und wenn eine Transaktion vorgenommen wird, wenn Geld im Grunde überwiesen wird, dann wird das auf mehreren Computern gleichzeitig vermerkt und das soll die Sicherheit dieses Zahlungssystems darstellen. Russland hat im letzten Jahr, wir sind ja noch in 2021, eine Briefmarke veröffentlicht, wo diese Blockchain dargestellt sein soll. Das ist die Karte der Russischen Föderation und darauf diese Pixelart hier im Zeichen sollen also die Daten in der Blockchain darstellen. Von der österreichischen Post kennen Sie sicher alle die ersten Kryptomarken. Ich habe hier eine noch mit dem zuen Rubbelfeld links in der Ecke abgebildet. Die daneben ist wohl aus dem Prospekt. Das sieht so aus, als wenn die Rubbelfelder geöffnet worden wären. Und diese Marke gibt es mit dem Einhorn in fünf verschiedenen Farben. Das sehen Sie der Marke aber im Original zunächst nicht an. Sie müssen damit ins Internet und dann können Sie gucken, welche Farbe im Grunde Ihre Marke hat. Das ist ziemlich wichtig für den Wert, denn die ganze Marke hat 150.000 Stück Auflage, aber von der roten gibt es nur 1.500 und so ist die ziemlich teuer heute am Markt. Auch hier denke ich ein Thema, das man mit großer Vorsicht angehen sollte. Ich befürchte, dass es irgendwann wie bei den Telefonkarten ist, dass der Halb der Kryptomarken, ich meine nicht der Kryptowährungen, das ist ein anderes Thema, dass der vorbei ist. Und dass dann die Marken auch wieder zu zivilen Preisen zu haben sind. Damit bin ich ans Ende des Vortrags angekommen. Zum Schluss hier noch zwei Kryptomarken aus Kroatien. Zum Schluss hier noch zwei Kryptomarken aus Kroatien. Zum Schluss hier noch zwei Kryptomarken aus Kroatien. Zum Schluss hier noch zwei Kryptomarken aus Kroatien.